Willkommen zurück zu einer neuen Folge Ostriff. Schaut mal, was ich entdeckt habe. Sind hier gerade zwei Messenger? Ich glaube, den hatten wir vorher schon. Oder er ist wieder da, weiß ich nicht genau. Den hier hatten wir geschickt. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, warum ich das beim letzten Mal nicht gesehen habe. Der will Charcoal und Chicken Eggs haben. Und wir haben 270 Charcoal und sogar 90 Chicken Eggs. Wobei, ja, bei der Nahrung wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig. Lass uns doch mal gucken, was wir dafür bekommen. Ähm, Charcoal 8. Kann ich das mehrmals machen? Nein, schade. Schade, 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 schade. Ja, wer Charcoal haben möchte, der kriegt natürlich Charcoal. Also Holzkohle. 20 Stück müssen wir einlagern. Und für den Eggs, oh, davon kann man ein bisschen mehr abgeben. Aber dafür kriegen wir auch nicht so viel. Und wir würden jetzt für 100, die wir nicht haben, würden wir 10. 10 bekommen? Ne, das mache ich nicht. Aber die Charcoal. So. Dann kann ich die Pause auch endlich loslassen. Und dann sollte jetzt ein erster Wagen kommen, der das Zeug abholt. In der Zwischenzeit müssen wir natürlich ratzfatz das Zeug hier einlagern. Und zwar 20. Ehrlich, ich packe hier schon mal 100 rein, weil, äh, ja, ne? Wenn er das öfters haben möchte, ist das eine super Einnahmequelle. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei der, ähm, bei dem Aufbau der Kleiderproduktionskette. Und zwar steht hier schon die Webstube. Ich bin gerade am überlegen, äh, diese Arbeiter, die könnten wir im Moment sehr gut gebrauchen. Aber damit die fließend oder flüssig läuft, äh, braucht die natürlich Hilfsarbeiter, die die Ressourcen, ähm, bringen. Wenn sie das selber machen müsste, dann würde relativ viel Zeitarbeit drauf gehen. Und der Mann ist insofern wichtig, weil er das hier eben auf den Karren packen kann. Und dann, äh, ja, eine, einen ganzen Kilo Hanf, äh, durch die Stadt tragen kann. Das ist sehr amüsant. Ja, wie viel sie dafür braucht, weiß ich nicht. Ähm, ziehe ich die ab oder ziehe ich die nicht ab? Scheinbar ist es nicht mehr nötig. Und wie schnell wird hier die Charcoal herangeschafft? Karts sind erlaubt, das ist allerdings, das ist schon eine Frau, oder? Ähm, ja. Da ist ja noch jede Menge Frauen am Werkeln, äh, da fällt mir gerade ein. Sollten wir hier die Männer komplett abschalten? Schon, oder? In der Farm? Sind die doch eigentlich nicht nötig. Und warum sind wir hier schon ein Jahr weiter als in den anderen, auf den anderen Feldern? Äh, ich hoffe, dass wir das hier fertig kriegen. Ähm, es ist schon September. Hm. Was war, was ist das denn hier? Buchweizen? Äh, wenn die das nicht hinkriegen, dann sollten wir tatsächlich dafür sorgen, dass wir mehr Laborer einstellen. Äh, und so geht's weiter mit dem Arbeitskräftemangel. So, ein Charcoal haben wir inzwischen. Ich weiß nicht, wie lange die warten, ne? Wie lange warten die? Äh, ich glaube, wir brauchen hier mehr Leute. Äh, äh, okay, 20 ist das Limit der Zeit. Okay, da sind jetzt zwei Männer hinzugekommen. Beobachten wir mal. Das ist mal ein bisschen schneller. Da kommen jetzt genug Leute. 22. Cool. Dann hätten wir den Deal auf jeden Fall erfolgreich. So, und dann können wir jetzt hier auch die Anzahl der Hilfsarbeiter auf zwei reduzieren. Denn mehr brauchen wir jetzt hier nicht. Gut, viel lieber hätte ich den nämlich hier. Äh, September, wann fängt denn der Winter an? November, oder? Oder erst im Dezember? Ja, dann schaffen wir das schon noch. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Schön, schön, schön. Gut. Hier ist inzwischen nämlich auch ein Schmied angekommen. Der Schmied wird jetzt dafür sorgen, dass wir wieder reichlich Nägel haben. Und mit den Nägeln können wir dann, sobald wir wieder Arbeitskräfte eingestellt haben, beziehungsweise Bauarbeiter eingestellt haben, hier den Schneider zu Ende bauen. Äh, wir haben ja inzwischen schon wieder eine Nägel, ne? Noch? Nicht? Doch, 80. Ja gut, dann machen wir das doch mal. Ich glaube, für zwei haben wir nicht genug Leute. Hier ist er jetzt übrigens. Und wartet auf seine Kohle. Oh, ist der jetzt ohne gefahren? Nein. Nein. Der Deal ist geplatzt. Oder ist er das jetzt erst? Hä? Was machen die Leute denn? Wo ist denn der hier? Das gibt's ja nicht. Okay, ich verstehe. Also muss es tatsächlich so sein, wo bringt er das jetzt hin? Dass hier genügend Arbeiter drin sind, die dann auch zur richtigen Zeit das Zeug noch verhaben. Und bei meinem Glück haben wir jetzt in der Zukunft keinen Nachbarn mehr, der an Holzkohle interessiert ist. Okay, weiter beobachten. Das wäre natürlich richtig krass, bei so viel Kohle, die wir haben. Und so viel Geld, das man damit machen kann. Fantastisch. Okay, ich versuche weiterhin darauf zu achten. Ähm. Wir schauen jetzt hier nochmal das Feld an. Oktober. Ja, das müsste klappen. Genau, das ist Buchweizen. Kartoffeln. Hanf haben wir gar nicht mehr, ne? Bauen wir das gar nicht mehr an? Das hatten wir... Das ist immer noch Überbleibsel von... Ich glaube, ein Jahr lang hatten wir Hanf. Macht das Sinn, noch ein Feld anzulegen bei einem Bauernhof oder macht das eher Sinn, einen zweiten Bauernhof dafür zu bauen? Das würde mich interessieren. Unser zweiter Ochs ist übrigens sieben Monate alt. Wir können es dann im nächsten Jahr... Gerade, na, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar doch im nächsten Jahr könnte man den wahrscheinlich, wenn denn dann der Carpenter, der... Was ist denn Carpenter eigentlich? Tischler? Ähm. Mir fällt gerade nichts Besseres ein, wenn er denn dann schnell genug in der Herstellung des Flugs ist. Jetzt wird das Zeug reingebracht. Und die Granary holt sich das wahrscheinlich auch direkt ab. Wie schaut es denn jetzt aus? Fünf Tonnen Fisch. Ich sage manchmal Tonnen, manchmal Kilo. Tut mir leid. Kilo ist irgendwie so unrealistisch, aber eine Tonne mit dem Karren zu schleppen ist auch unlogisch. Beziehungsweise 100 Kilo per Hand. Wir haben fünf Einheiten Fisch. Zweieinhalb Einheiten Mehl. Ein bisschen was an Kartoffeln. Ein bisschen was an Eiern. Und da kommt jetzt aber jede Menge neun Einheiten Kartoffeln hinzu. Und jede Menge Mehl. Und 13, 14 Einheiten Buchweizen. 15 sogar. Ja, hier liegt noch ein bisschen was rum. Schön. Gut. Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben. Holz Check. Müssen wir hier neue Leute einstellen? Wood 300. Firewood 300. Nein, müssen wir nicht. Und mehr Chicken. Nahrungs Check. Hatte ich mir auch aufgeschrieben. Oh, wir haben hier 200 Eier. Das ist krass. Jetzt haben wir übrigens auch die ganzen 30 Hühner hier. Das heißt, von nun an müsste es eigentlich, müssten die Hühner, die überflüssigen Hühner zur Schlachtung vorgesehen werden. Wie wäre es denn, wenn ich das hier auch auf 30 erhöhe? Kriegen wir dann einfach nur mehr Schlachtfleisch? Also von nun an haben wir jetzt den kompletten, ähm, ne, die komplette Möglichkeit an Eiern, die gelegt werden können, wahrscheinlich erschöpft. Und alles, was jetzt hinzukommt an Küken, wird dann eben geschlachtet. Warum sollten wir das nicht aufziehen? Weil wir gegebenenfalls nicht genug Weizen haben? Mhm. Der Müller läuft übrigens nicht, weil er scheinbar seine 7 Tonnen Mehl produziert hat. Höhen wir das mal auf 10. Ja, ich glaube, wir können hier noch ein paar Hühner hinzunehmen. Und die kommen ziemlich schnell. 15, 16, 17 und so weiter. Ja, ich glaube, wir können hier noch ein paar Hühner hinzunehmen. Das ist großartig und, äh, Chicken Meat haben wir hier auch schon drin. Das würde dann hier eingelagert werden. Das müssen wir natürlich noch an einem Verkaufsstand verkaufen und wir haben derzeit keinen Platz dafür. Äh, wir haben, wobei auf der anderen Seite haben wir eigentlich keinen Dried Fish, weil wir kein neues Salz gekauft haben. Das heißt, wir könnten hier Chicken Meat... ...mit aufnehmen. Das sieht doch gut aus. Oh. Okay, es gibt finanzielle Probleme. Machen wir ein bisschen langsamer. In der Familie Vyvcharenko. Äh, wo arbeitet ihr denn? Unemployed, achso. Und sie? Auch Unemployed. Das ist natürlich nicht so schön. Und bei euch? Carpenter. Und Unemployed. Okay. Dann müssen wir die Unemployment Rate hier noch ein bisschen, also die Arbeitslosigkeit ein bisschen senken. Momentan haben wir acht Leute, die nach Jobs suchen, äh, was natürlich jetzt auch noch ungünstig ist, weil wir die ganzen Fischer entlassen werden. Und in der Werft, aber wir finden schon Arbeit für die, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Dann könnten wir, wie viel Fettsch haben wir genug, in der Webstube wählen einsetzen. Hier dann beim Schneider selbstverständlich auch. Und zwar hätten wir auch gerne wieder die Frauen. Wir könnten, ein theoretisch, auch noch einen weiteren Marktstand aufmachen. Ähm, schauen wir mal, wie wir das sonst so füllen können. Hier stelle ich zwei ein. Hier stelle ich alle vier sogar ein. Und ich glaube, der eine reicht hier immer noch. So, das heißt, zwei Männer sind derzeit noch arbeitslos. Ein weiterer Schmied. Der hat Probleme mit Wasser. Verstehe ich nicht. Out of Water. Wie kann das sein? Oh. Ich wusste nicht, dass sie nur einen bestimmten, eine bestimmte Menge an Wasser zur Verfügung stellen. Well. Gut, dann bauen wir hier den Well direkt mal bei ihm in den Hof. Oder daneben. Äh. Ups. Der muss tatsächlich gebaut werden, okay. Ein Job ist noch offen. Hier brauchen wir eigentlich... Wir können den jetzt natürlich unnütz irgendwo einstellen. Machen wir auch, wenn wir keine bessere Verwendung dafür haben. Ja, komm. Sollen die hier zu zweit in der Mülle arbeiten? Jetzt haben wir einmal wieder drei. Bei... 4, 4, 3, 4, 5. Ah. Mir fehlt die Leertaste Pause, habe ich schon mal gesagt. 5 Männer, 2 Frauen, ohne Job. 5 Männer, 2 Frauen, ohne Job. So, dann mache ich hier tatsächlich noch eine dritte Markdame, die dann Buchweizen verkauft und Chicken Meat und Chicken Eggs und Fisch. So, sieht's besser aus. Arbeiter haben wir, das heißt, an dem Brunnen müsste gearbeitet werden, ne? Ja, im Winter. So ein Brunnen auszuheben ist auch keine schöne Sache. Ah, ich verstehe. Der füllt sich erst mit der Zeit. Und dadurch, dass jetzt aber zwei Brunnen da sind, sollten die sich beide wieder füllen. Der hier hinten, wie sieht's da aus? Nicht viel besser. Ich glaube, das Problem ist, dass mehr Wasser reserviert war, als der Brunnen produzieren konnte oder gesammelt hat. Okay, finanzielle Probleme, was gibt's hier noch? Du bist der Carpenter. Oh, jetzt sind's auch weg. Schön, das war jetzt mal eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die uns jetzt gar nicht ermöglicht hat, zu gucken, wie das hier abläuft. In der Weberei werden die Stoffe hergestellt. Die Stoffe werden momentan noch nirgendwo zwischengelagert, ist aber, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht nötig. Und die werden dann hier zu Cloth, also zu Kleidung verarbeitet, die wiederum eingelagert werden sollte. Und wir haben dafür kein Warehouse. So viel zum Thema Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ist unser Iron schon wieder weg? Äh, okay, hier liegen noch fünf Stück. Warehouse. Äh. Es macht wenig Sinn, das irgendwo anders hinzubauen, ne? Es sei denn, man will ganz bestimmte Ressourcen irgendwo zwischenlagern, die eben in einem bestimmten Gebiet erforderlich sind. Aber das ist eher so für die Allgemeinheit. Ich glaube, die sind einfach knapp an der Grenze hier. Das dauert jetzt ein bisschen, bis die wieder genug arbeiten und bis sich das Ganze eingependelt hat. Hier hat sich 150, die sind richtig reich hier. Was machen die denn? Der Händler, klar. Und die Chefin der Farmen. War das der Manager aus dem Händler? Ja. Okay, also zwei Manager, gleich wohlhabende Familie mit wenig Kindern. Und die besorgen sich hier richtig junge Frauen alle. 45, 25. Oh. Aber das Gleiche ist. Was? Gott. Ich hoffe, das ist ein Bug. Na ja. Ah, Händler. Händler, Händler. Pause, Pause, Pause. Offers Chicken brauchen wir nicht. Demand, Sunflower, Driedfish, Sunflower Oil haben wir leider alles nicht. Tut mir leid. Ich würde gerne nochmal hier mit denen handeln. Aber wir warten einfach. Warum dafür Geld ausgeben? Die kommen schon wieder. Um dann unser Kohle-Experiment fortzuführen. Ich wüsste jetzt gerne, ob man in diesen Ständen auch Kleidung verkaufen kann. Klaff. Mit denen wir dann sicher auch Geld machen können. Und alles, was übrig bleibt, können wir dann... Dann nehme ich den Fisch hier raus, weil Fisch haben wir in einem anderen Stand schon. Ein paar andere Sachen auch. Chicken X und Chicken Meat, glaube ich auch. Und dann schauen wir mal, ob was überbleibt und ob wir damit nicht irgendwo Handel treiben können. Ich habe aber bisher auch noch keinen Demand gesehen. Vielleicht sollten wir tatsächlich in Sonnenblumen investieren. Das hatte auch ein paar Folgen. Ein schlechter Zuschauer, von dem ich nicht mehr weiß, wer es war, gesagt, dass man das unbedingt machen sollte, weil es relativ viel Kohle bringt. Aber trotzdem, unser Städtchen wächst, unser Städtchen hat sich stabilisiert. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Finanzen achten. Man hat es jetzt ja in dieser Folge ein bisschen gesehen, so rund läuft das noch nicht. Aber ich habe keine Bedenken, dass wir das nicht auch in den Griff bekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin. Ciao. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.